Die Kirmes Von Wilhelm Busch Fest schlief das gute Elternpaar am Abend, als die Kirmes war. Der Vater hält nach seiner Art des Hauses Schlüssel wohl verwahrt, indem er denkt, auf die Manier bleibt mein Herminchen sicher hier. Ach, lieber Gott, ja, ja, so ist es, nicht wahr, ihr guten Mädchen wisst es, kaum hat man was, was einen freut, so macht der alte Schwierigkeit. Hermine seufzt, dann denkt sie, na, es ist ja noch das Fenster da. Durch dieses eilt sie stillbe Hände hierauf hinab am Weingelände und dann durchs Tor voll frohen Drangs im Rosakleid mit drei Volangs. Krat rüsten sich zum neuen Reigen, Rumbumbas, Tutehorn und Geigen. Ti humtata, 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 zubtrudiri, tirallalla, rallallalla. Sie ist doch ein himmlisches Vergnügen, sein rundes Mädel herzukriegen und rundherum und auf und nieder im schönen Wechselspiel der Glieder. Die ahnungsvolle Kunst zu üben, die alle schätzen, welche lieben. Hermine tanzt wie eine Sylphe, ihr Tänzer ist der Forstgehülfe. Auch dieses Paar ist flink und niedlich, der Herr benimmt sich recht gemütlich. Hier sieht man zierliche Bewegung, doch ohne tiefe Herzensregung. Hingegen diese Vollempfindung erstreben herzliche Verbindung. Und da der Hans, der gute Junge, hat seine Grete sanft im Schwunge und inniglich in süßem Drange schmiegt sich die Wange an die Wange. Und dann mit fröhlichem Juhé, gar sehr geschickt, macht er Chassé. Der blöde Konrad steht von fern und hat die Sache doch recht gern. Der Konrad schaut genau hinüber, die Sache wird ihm immer lieber. Der Konrad leert sein fünftes Glas, die Schüchternheit verringert das. Flugs engagiert er die bewusste, von ihm so hoch verehrte Guste. Die Seele schwillt, der Mut wird groß, Heidi, da saust der Konrad los. Zu große Hast macht ungeschickt, Hans kommt mit Konrad in Konflikt und Hülter-Pulter-Rumm-Bumm-Bumm stößt man die Musikanten um. Am meisten litt das Tongeräte und damit ist die schöne Fete zu jedermanns Bedauern aus. Hermine eilt zum Elternhaus und denkt, wie sie herabgekommen, auch wieder so hinaufzukommen. Oh weh, da bricht der Stab der Reben, nun fängt Hermine an zu schweben, die Luft weht kühl, der Morgen naht, die gute Mutter, welche grad das Waschgeschirr in allen Ehren gewohntermaßen auszulehren, das Fenster öffnet, sieht mit Beben Herminen an der Stange schweben, und auch die Jugend, die sich sammelt, ist froh, daß da wer Bimmel bammelt. Doch sieh, da zeigt der Vater sich und schneidet weg, was hinderlich, und mit gedämpftem Schmerzenshauch senkt sie sich in den Rosenstrauch. Ende von Die Kirmes Aufgenommen von Bettine Aufgenommen von Bettine